Elidic Elidic Da bauen wir ein paar Ninjas die Nähe, oder? Geben wir lieber Punkte aus? Das kostet natürlich 4 Natürlich Oh, ich dachte grad schon Ja, ich bin unsichtbar, hallo? Ja, boah, die Ninjas sind alle so blöd Ich hab unsichtbar gemacht, die können mich natürlich trotzdem sehen Das wollen wir einfach ein paar Ninjas hier Zuck, 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 zuck Hauptsache etwas Erledigt Ich bin schon unterwegs Ja, ja, du mich auch Du, da rein Wir werden wieder angegriffen, super, was ist das jetzt? Kuril, wird zu laut sein Der Weihnachtsmann Sehr schön Sehr schön Einverstanden Tam, 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 da-dam, 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 da-dam Wo wollen wir hin? Okay, Leute, wir sprechen ab Weil ich jetzt wieder sehe, wow, wir werden schon wieder mehr angegriffen Wo wird der denn jetzt hin? Der regt mich auf Kommt mal alle etwas zurück Ja, du willst sterben Ich diene dem Drachen Da und noch ne Gischa Da greift die an Heilen Super Mindestens etwas, was sie können Jetzt macht sie fertig Macht sie fertig So, jetzt greifen wir aber an Super, jetzt kriegen die alle wieder Elektroschocks Ich bin verrückt Da, diese Flamme, darauf soll ich doch achten, oder nicht? Okay, wir, wir werden jetzt schon wieder angegriffen Ich meine, wir werden natürlich angegriffen Aber bitte nicht in so kurzer Zeit Du kommst auch mit Bin unterwegs Oh Kommt, Leute Punkt wäre doch nicht schlecht Eigentlich bräuchten wir zwei Ähm, naja Okay, Leute, wir sprechen nochmal ab So, und jetzt zerstören wir diesen Wachtturm hier Hier ist noch einer, das weiß ich von letztem Mal Heilen Ja, danke für die Heilung Ja, danke für die Heilung Oh, für die Ehre Wartet die Ihr seid alle nicht mehr normal Du-da-du-da Hey Ich schütt den Wachtturm, wir werden wieder angegriffen Ich seh's In einer riesigen Armee Ich bin verrückt Für den Sieg! Nein Ich folge euch Ich bin auf dem Weg Ja, ich folge Heilen Oh Und wir ziehen uns wieder zurück, Leute Oh Wenigstens haben wir ein Wachtturm zerstört Mindestens etwas Oh Ja Zieh dich zurück, Geisha Das verrückst du mich doch Da reparieren, Leute Ist schon? Na, keine Ahnung Ihr kennt mich alle mal Du-da-rein Wen haben wir noch? Du-da-rein und alle sind froh Da kommen unsere tapferen Soldaten wieder zurück Genau, zur richtigen Zeitpunkt Da, du kommst mit, Team 1 Und Jetzt Und greif den an Greif den an Du-du-din Das ist super klar Zuck zuck Boah, wo wollen die hin? Die... Die sind auch ziemlich blöd im Kopf Naja Jaaaa Wo willst du hin? Du nicht mehr normal im Kopf? Du nicht wissen, wohin? Oh, wen soll ich bauen? Diesen beide ziemlich schlecht Achbaum, wer geht die Geile? Bin unterwegs Wenn die mal super Heilung macht, ist es gut Okay, Leute, wir müssen auch schon wieder ausmachen Ich weiß Zumindest glaube ich das Wir haben ziemlich weit gespielt Aber so ist das hier halt Na, egal Also Leute, wir sehen uns das nächste Mal Bis dann Bye-bye